Was ist bisher geschehen in den letzten vier bis fünf Monaten? Ich bin ein bisschen hinterher mit den Dokumentationen für unseren Verein auf YouTube. Hallo Albert Emanuel, euer Herz-, Kraft- und Schmerzfreitrainer. Wir haben viel erlebt dieses Jahr 2024, ist ja noch nicht ganz vorbei, aber wir sind jetzt gerade ein bisschen in der Ernte, auch wirklich von dem, was zustande gekommen ist. Also das, was ihr sicherlich mitbekommen habt, war eben diese Möglichkeit, eben für mich zu hüten, einen Raum von 4000 Quadratmeter Gartenfläche beim lieben Sascha. Da habe ich bis zu 90 Bäumen gedüngt und durfte auch eben nicht regelmäßig um das leibliche Wohlen von bestimmten Pflanzen kümmern. Gleich vorweg, da haben wir gleich eine wichtige, sehr, sehr wichtige Lehre, gezogen, Community-mäßig, was da wesentlich ist. So wichtig, wie es ist, den Garten gut zu übernehmen, ist es auch, den Garten wiederum gut zurückzugeben, und zwar in der Anpassung von den Erwartungen des Hüters, des Raumhalters, also desjenigen, des Besitzers. Also das Wesentliche ist, wenn man übernimmt, mal natürlich alles zu fotografieren, was da ist, auch eventuelle Schäden im Vorfeld zu erkennen. Das ist ja bei einem Mietauto ja auch nicht anders, wenn man so etwas übernimmt. Dann muss man immer schauen, was habe ich kaputt gemacht, und was haben die anderen gemacht. Und genauso ist es bei einem Haus auch. Also es gibt immer ein unterschiedliches Empfinden, was sauber ist. Also wir haben mehrfach diese Wohnung auch geputzt, damals auch mit der Selina. Und wir hatten leider das Pech, dass zwischen unserer Abreise und der Ankunft von Sascha einige Zeit vergangen ist. Jedenfalls hat er die Wohnung nicht so vorgefunden, wie er sich das vorgestellt hätte. Und wir haben verabsäumt davor, eine gute Videoüberprüfung zu machen, dass ich einfach mit ihm durch alles durchgehe, sodass er wirklich sagen kann, das fehlt mir noch, da möchte ich gerne mehr Sauberkeit, da ist es mir wurscht. Und jetzt ist wahrscheinlich in diesen zwei Wochen eine ordentliche Trockenzeit gewesen, sodass einige Pflanzen verdorrt sind. Und ich weiß aber, dass ich meinen Anteil erledigt habe. Nur es hat dazu geführt, dass eben Sascha dann eigentlich gesagt hat, naja, er will dieses Experiment nicht wiederholen. Und das ist jammerschade, weil es ein enormer, enormer Ressource, die auch hier vorbereitet worden ist, sein hätte können, sowohl für unsere Begleitungen als auch für die Kooperationen. Also das hilft sich ja gegenseitig, wenn jemand dann auch den Hausgebrauch kennt. Und man muss auch immer rechnen, also jeder Mitarbeiter, jedes Wesen braucht mindestens drei bis vier Regulierungen, bis es dann so läuft, wie es passt. Wir sind aber trotzdem mit einem sehr, sehr guten Gefühl von La Palma weggefahren. Also das Bach-Konzert war auch ein Erfolg. Da habe ich schon einige Videos gemacht, aber das kommt demnächst noch nach, mit einem direkten Einblick noch. Also die Kultur der Klassik wird auf La Palma sehr gepflegt. Dann ist es eigentlich schnell hergekommen. Also wie ich da war, ist es gleich losgegangen. Eigentlich innerhalb von wenigen Tagen war ich in Kreuth draußen und habe das Unwetter erlebt. Also wir sind wirklich auch eine Zeit lang abgesoffen. Also ich habe da auch wirklich erlebt, was es heißt, wenn dann doch die Feuerwehr und die Bauern sich per WhatsApp vernetzen, weil tatsächlich zu wenige Katastrophenhelfer waren. Also wir hatten wenig Einschlag, also nur unser Dach war leck und der Keller war voll, voller Wasser, aber es hat nichts, also die Inneneinrichtung ist fast nicht beschädigt worden. Ein bisschen Wasser ist eingedrungen, also das wird jetzt gerade gerichtet. Dann ist es weitergegangen zum Michaelihof, wo ich eben mich einfühlen kann in unsere wunderbaren zwölf Coaches, die Araber, die dort als systemische Coaching-Pferde verwendet werden und die wir schon letztes Jahr besuchen durften mit Alela Bio-Yoga zum Totenfest. Wir schreiben dieses Jahr wiederum einen Retreat aus, in dem Fall mit Vorbereitung mehr in dem gesundheitlichen Bereich. Ice is nice, nennen wir das. Übrigens gibt es noch Frühbucherpreise. Ihr könnt euch auch direkt bei uns melden, wenn ihr zu den gratis Schnuppereinheiten am Dienstag und am Donnerstag kommen wollt. Da stellen wir verschiedene Atemtechniken und Vorbereitungstechniken vor und auch ein paar Vertiefungen. Und jetzt bin ich schon wieder in der Schweiz. Also hier merkt ihr, das ist das Outfit der neuen Raumgestaltung. Wieder bei Selina in Brehmgarten bei Bern. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich da bin. Das ist auch sehr angenehm. Es fühlt sich vertraut an. Ich bin auch schon eisgeschwommen in der Are. Übrigens damals am Michaelihof in der Pinga auch. Und ja, blicke auf eine sehr schöne Vorbereitungszeit jetzt eben in den Herbst hinein, also in den späten Herbst. Eben dieses Seminar ist mir wichtig, auch eben für meine Entwicklung im Business. Also ich arbeite mit viel mehr Partnern zusammen. Ich schaue mir meine Themen auch aus dem Magnetismus und das Karma des Magnetismus ist weiterhin an. Also wir sind unglaublich gut im Liefern und in der Kundenzufriedenheit, wenn es darum geht, eben Sachen zu organisieren und umzusetzen. Aber es ist nach wie vor eine Riesenschwäche, wenn wir etwas ausschreiben, dass wir sichtbar sind und dass die Leute, die wir da haben wollen, auch erkennen, wie wertvoll es ist. Die meisten Menschen erkennen unseren Wert in ihren größten Schmerzen. Das ist nobel und schön. Wir fühlen uns aber eigentlich jetzt immer mehr berufen, unternehmerisch denkende Menschen, Changemakers und Leute, die einfach wirklich auch diesen Wandel der Zeit auch mit ihrer Tatkraft begleiten wollen, immer mehr zu vernetzen. Und dass diese Felder einfach unbeschreiblich schöpferisch sein können und vor allen Dingen auch eine gewisse Perspektive des Bewusstseins auch hineinbringen. Und das sehen wir jetzt auch als ein wesentlicher Punkt, jetzt auch die ersten Leute mal über verschiedene andere Plattformen, unter anderem auch Partnerschaftsplattformen, die ganz seriöse Vorstellungen von Partnerschaft und Zukunft haben, in ein Community-Projekt zu sensibilisieren. Also dass Menschen, die dort mit uns in Kontakt treten wollen, also mit mir in erster Linie natürlich, von mir eine Vision auf ein viel größeres gemeinsames Wir bekommen und sich da vielleicht auch eine gewisse Neugier auf der einen Seite und auf der anderen Seite Potenzial auf der anderen Seite einlassen, auf ein Community-Training, auf ein gemeinsames, durchaus auch professionell ausgerichtetes Konzept, das gemeinsam erfahren, erspürt und erfüllt werden darf. Wir wollen natürlich auch da mit Herz und mit Herz rangehen und Hand, also um es gleich einmal mit den Worten der Waldorf- und Steiner-Schulen zu sagen, Herz, Herz und Hand halte ich für besonders schön, weil es wirklich diese Tatkraft auch mit einbezieht. Wir hatten auch ein bisschen die Möglichkeit, eine neue Schulgründung mit beizubewohnen, wo sehr viele Ex-Walldorf-Schüler da jetzt sozusagen in der nächsten Generation Eltern und Lehrer sind, Pädagogen, mit Katharina Roland aus der Living Earth sind wir weiterhin in Kontakt, also da passiert auch viel, gerade während des Unwetters war da eine eingefleischte Truppe dann doch beieinander beim Living Earth Day, habe auch meine Mitgliedschaft da verlängert, mir ist das wichtig, ich merke, dass ein Riesenpotenzial da ist und ich drücke ein bisschen die Daumen, dass wir hier vielleicht über das Portal von der Living Earth Community auch die richtigen Menschen zum Seminar ziehen. Ich merke, dass es besonders wesentlich ist, dass Leute wertschätzen die Bausteine, die wir da liefern, für langfristiges Communityleben. Wir gehen immer mehr weg, zu glauben, dass das die Basis für Community der soziokratische Kreis ist. Wir erleben den soziokratischen Kreis und eigentlich die Schwarmintelligenz als hehres Ziel, dort soll es hingehen. Das Kommunizieren auf Augenhöhe und Herzhöhe soll ein ganz ein wesentliches Element sein, aber es ist nicht die Basis. Die Basis ist für uns, sehen wir immer mehr, die Beherrschung der guten Hierarchie, die gute, biologische, gesunde Hackordnung in einer Familienstruktur. Ein Betrieb wie eine Familie, eine Firma ist eine Familie, eine Familie darf auch Grundzüge einer Firma immer mehr annehmen. Da geht es vor allem um Respekt den Älteren gegenüber, den älteren Geschwistern, wie auch Respekt gegenüber Vater und Mutter und den Ahnen. Und dass da hier eine Befehlskette auch funktionieren darf, die nicht ständig hinterfragt werden muss, was natürlich in Familie viel schwieriger ist als in Firma. Aber ich merke, dass je mehr man dieses Ideal pflegt, wir wollen eigentlich immer mehr das Können beherrschen, desto mehr Raum öffnet sich auch für diese wesentliche Herzkommunikation dazwischen, die immer stattfinden sollte, speziell wenn die Hierarchien besonders hervorgehoben werden. Also wenn es ganz bewusst einen klaren Fokus darauf gibt, dann ist die Supervision und der Redekreis und das Verarbeiten auch von emotionalen Themen und sicherlich auch Unzufriedenheiten, weil eben in einer Hierarchie geht es immer nicht nach der Schnauze von allen, sondern nach der Schnauze von einem einzigen oder einer einzigen. Idealerweise führt ein Großteil der inneren Angelegenheiten ein weibliches Wesen, aber auch die hat einen Schädel. Und wenn das einigen Leuten nicht passt, dann brauchen sie emotionalen Ausdrucksmöglichkeiten. Und wir sehen das nach wie vor mit der Brücke zwischen Kunst und Yoga. Also die Verbindung der Performing Arts, der Yogic Martial Arts und der Healing Arts, wie wir es im Allela Bio-Yoga ja pflegen, das will gelebt werden. Und das ist schon ein unglaublicher Fortschritt gegenüber den doch eher verstaubten alten Firmenstrukturen und Familienbetrieben, die eben dieses Angebot nicht haben, sondern einfach Friss, Wurm oder Stirb haben. Und das braucht es nicht, aber wir können nicht, definitiv nicht, einfach einmal schauen wir mal und machen wir mal. Und deswegen wollen wir auch immer mehr Formate anbieten, die ins Teambuilding gehen, in gemeinsame Erfahrung für Business People, für Leute, die jetzt wirklich es ernst meinen. Und das definitiv auch eben gegen bare Münze. Nicht, weil uns in erster Linie wichtig ist, uns daran zu bereichern, sondern es ist uns wichtig, eine Wertschätzung dafür zu erzeugen und eine gewisse Disziplin im Einhalten von bestimmten Programmen. Weil manche Programme setzen voraus, dass man sich regelmäßig auch nach dem Retreat zusammensetzt und weiterhin dran bleibt, vor allen Dingen die Themen sich weiterhin anschaut. Und das ist Arbeit, das ist emotionale Arbeit. Und die macht man nur, wenn man entweder dafür bezahlt, weil man merkt, dass man eigentlich auch wirklich was dafür bekommt, oder wenn langfristig dann auch eine Möglichkeit geschaffen wird, dass dieses Erfahrungswert, diese Academy Dinge an Wissen produziert, die sich dann tatsächlich auch in einen Return of Investment wandeln lassen. Das heißt, das, was ich dort gelernt habe, kann ich in so vielen anderen Bereichen meines Lebens anwenden, auch als Unternehmer, dass ich davon wiederum profitieren kann. Und idealerweise entsteht da auch eine gewisse Seilschaft von Menschen, die ganz ähnlich wie die bei den Business Network Internationals sich so schätzen und so gut finden, dass sie anfangen, sich gegenseitig laufend zu empfehlen. Also sich gegenseitig Kundschaft bringen, beziehungsweise immer mehr verschmelzen zu einer großen Kooperativen, die ganz wesentlich auch wiederum in den einzelnen Teilen wiederum hierarchisch-firmenmäßig unterteilt ist. Also wir sehen diese wesentliche Form des Symbols der Pyramide als erstes, innerhalb dieser Pyramide in jeder Etage den Kreis und das Ganze fusioniert dann zu einer Pyramide mit einer Spirale, die dann einfach nur umgedreht wird, von unten gehalten wird und idealerweise am obersten Raum dann eben dieses ganz intuitive Feld des Miteinanderwirkens, wo immer weniger Hierarchie notwendig ist. Das ist dann erreicht, wenn jeder in den Reihen der Betas und Gammas einmal auch zu einer Alpha-Rolle trainiert wird. Das ist die große Aufgabe der Alphas. Also die Mama und der Papa dürfen bald darauf sorgen, dass ihre erste Generation, zweite und dritte Generation ihre Position in bestimmten Bereichen übernehmen kann. So wie Kinder einfach sehr früh lernen, den Traktor zu fahren, beziehungsweise lernen, die Hauskasse in Buchhaltung zu lernen und wie man eben mit den Tieren umgeht und wie man den Hof einfach schupft. Das sollte sehr schnell und sehr früh gehen. Und unterschiedliche Leute sind unterschiedlich talentiert, aber alle sollten es einmal gemacht haben. Und dann braucht man diese Position immer weniger, dann wird immer mehr intuitiv gearbeitet. Und das findet statt nach drei Jahreskreisen. Also wir merken, dass der Jahreskreis ein sehr guter Aufhänger ist, um die Themen des Menschseins gut zu beleuchten und mit vielen Werkzeugen des Theaters auch erfahrbar zu machen. Einmal für das innere Kind, also die kindliche Ebene, das Entdecken der Welt, die Geburt, das Aufwachsen, das zum Mann und zur Frau werden. Im zweiten Leben dann eben als Jüngling, als junges Mitglied der Gemeinschaft, wo die Sexualität ein wesentliches Thema ist, das Thema der Eifersucht und der Polyamorie auch einmal erlebt werden darf. Und im dritten Jahr geht es dann wirklich darum, dann eben bereits schon Mama und Papa zu sein für die nächste Generation. Und das sollte durchlaufen werden, idealerweise in einer Form, wo noch das Ganze nicht in die Tat umgesetzt wird, sondern wo es einmal ein bisschen in einem virtuellen Theaterraum stattfindet, der so emotional so gut geladen ist. Und deswegen ist da wichtig, dass da auch ein paar Profis dabei sind, damit wir es erfahren können. Diese Dramen, die Familiendramen, die Dramen der Jugendlichkeit, die Dramen des inneren Kindes. Da sind wir ganz schnell, auch bei diesem großen Archetypen, also beim inneren Kind sind natürlich auch Dinge wie Peter Pan ein Thema, beziehungsweise halt eben die Märchen Hänsel und Gretel. Im zweiten Jahr wird darauf gewertgelegt, die wertgelegt eben die großen Liebestramen, Romeo und Julia, Tristan und Isolde. Also was, der Herzschmerz, das ist ja stark, Eifersucht, all diese Themen. Und das dritte ist dann eben die Sippe, also Asterix, die Unbeugsamen, das Dorf, das Dorf und der Stamm und wohin geht es. Also eben auch die Vereinigung der Stämme, Verzin Getorix, um es jetzt mal ein bisschen historischer zu machen, die großen Völkerwanderungen, wo so riesige, riesige Tribes sich bewegen mussten, Gefahren ausgesetzt waren. Dieses, das soll gespielt und erlebt werden und zwar so realistisch wie möglich. Also deswegen nicht im Theater spielen, sondern im Naturtheater, also in Verbindung mit Initiationen, die an den Elementen stattfinden, wo einfach eben das kalte Wasser und die Übernachtung in einem Waldstück ohne Elektrizität und die, ja, das sich zurechtfinden, in einer Landschaft, wo man am Abend einfach nur die verschiedenen Feuer sieht und vielleicht auch mit dem Feuer selbst einmal eine Initiation machen darf, wie zum Beispiel ein Feuerlauf oder eben eine Schwitzhütte. Also diese Dinge merken wir, werden jetzt immer aktueller und wir wollen jetzt die ersten großen Projekte einmal starten, die ersten Gemeinschaften, die jetzt wirklich sich finden wollen und wir werden das eben auf mehreren Ebenen machen. Also jetzt wird es einmal konkret über verschiedene Vermittlungsagenturen und auch Business-Plattformen zu einer Projektausschreibung kommen und der nächste große Schritt wäre dann, dass diese idealerweise Praxisgemeinschaften, die auch Forschungszentren sind, also die neuen Gesundungszentren, das ist eine klare Richtlinie von dem, was ich mir wünsche, aber das Konzept und die Methode soll umgesetzt werden können auf jede Form von Gemeinschaft, was auch immer sie sein möchte. Und eben der zweite Schritt, den wir uns dann anschauen wollen, ist eben die Arbeit für und mit Künstlern, also diese Brücke zwischen Kunst und Therapie zu schlagen und da auch eine schlagkräftige Truppe, die auch künstlerisch arbeiten möchte, allerdings mit einem größeren Gesundheitsaspekt im Fokus. Ja, jetzt also sind wir hier jetzt im Mitte Oktober angekommen, also Anfang Oktober. Der Oktober ist noch sehr gezeichnet, auch von der Ärmte der diversen Medien. Also es kommen jetzt einige Videos, werden jetzt nachgeschnitten und nachgemacht. Das ist etwas, was ich langfristig gerne auch outsourcen möchte an einen professionellen YouTuber, einen professionellen Influencer, der mit uns oder die mit uns kooperieren, die mehr oder weniger unsere Reisen auch mitmachen, und uns mehr oder weniger auch begleiten durch verschiedene Prozesse, also als Satellit von außen, bis eben idealerweise dann entweder das erste Heilzentrum steht oder das erste Projekt eines Healing Circus. Das ist ja auch noch nicht ganz aus der Welt. Also da haben wir ja auch schon schöne Videos gemacht. Ja, also das ist auch ein Aufruf an die Influencer, die jetzt zufällig über diesen Kanal stolpern. Wir suchen ganz konkret nach Kooperation. Wir haben wirklich, also Tonnen von wirklich fantastischem Content. Also es sind Sachen hier entstanden, wo ich überzeugt bin, das wird in irgendeiner Form einen großen Teil beitragen, das Community und Teambuilding und vor allen Dingen das Zusammenleben von Arbeitsplatz und Familie, die Life-Work-Fusion. Da werden wir großartige, zusätzliche Pionierarbeit leisten. Wir sind nicht die Allerersten, aber wir können einiges weit beisteuern und ganz wesentlich natürlich die Schmerztherapie, wo wir, sage ich jetzt einmal, in den Fußstapfen eines Liebschau und Pracht sind, in den Fußstapfen eines William Hoff, in den Fußstapfen eines Dr. Joe Dispencer, wo mir auch ganz wichtig ist, sobald wir diese Truppe auch haben und uns immer mehr professionalisieren, dass wir in diese Tiefen auch einsteigen wollen. Also all das, woraus sich Allela zusammensetzt, will nicht nur in der Fusion sich verbessern, also in der Verschmelzung dieser einzelnen Elemente, sondern die einzelnen Elemente, ihre Roots, wollen immer wiederum nochmal in der Tiefe gepflegt werden. So wie ich jetzt auch immer mehr die Wurzeln meines Gesanges und auch meines Tanzes wiederum entdecke und wiederum pflege, so werden wir uns auch eben diesen wichtigen Lehrmeistern, mit denen wir schon eine Zeit lang gegangen sind, nochmal in der Tiefe anschauen. Also Stichwort den William Hoff Instructor, die Ausbildung bei Liebschau und Pracht, die Ausbildungen bei diversen anderen, wirklich großen Schulmeistern und natürlich auch den alten Künsten, also sich dem Shaolin Kung Fu wiederum widmen, dem Hatha Yoga, und zwar in seiner Wurzel. Also wirklich verstehen und da ist es mir auch wichtig, diese Wesen anzuziehen, die das schon mitbringen, die einfach diese Erfahrung mitbringen, sodass diese Truppe sich gegenseitig immer mehr befruchten kann. Genau, so weit einmal. Jetzt haben wir eh schon wiederum längere Zeit kein größeres Video gemacht, aber damit ihr aber einen kleinen Einblick habt, also wir bewegen uns alle drei Monate in ein anderes Land, wobei die meiste Zeit wir auf La Palma sind, meistens zwischen Februar und August. Dort entsteht auch enorm viel. Das ist eigentlich die fruchtbarste Zeit, aber hier die Arbeit in Europa ist ganz wesentlich, weil sie hier die Menschen inspirieren soll und die Brücken auch schlagen soll, also zwischen dem Mainstream und den Alternativen, und zwar dort, wo wir uns alle einig sind, bei Natur, bei Kultur, bei Gesundheit und bei Lebensstil und vor allen Dingen auch, wie wünschen wir uns eigentlich eine Gesellschaft. Das ist etwas, was nicht mehr alle zu denken und auszusprechen wagen und wir werden auch nicht mit irgendwelchen Worten das promoten, sondern wir wollen Beispiele. Wir wollen in den nächsten fünf Jahren zwei bis drei wirklich repräsentative Beispiele liefern und das ist eine Herausforderung für mich, weil ich immer noch sehr mich allein fühle in dieser ganzen Geschichte. Ich bin da noch nicht umgeben von Menschen, die jetzt in diesem unternehmerischen Denken sind wie ich. Ich werde auch immer von der geistigen Welt ein bisschen gezügelt und gebremst, was mir sehr gut tut, weil ich bin zu schnell in bestimmten Formen, ist mir klar. Trotzdem gibt es eine gesunde Ungeduld in mir, die Dinge vorantreibt und das werden wir jetzt auch tun. Genauso wie wir auch dieses Thema Sichtbarkeit für die Events und Retreats uns anschauen wollen und sei es einfach nur, dass bestimmte Sachen einfach outgesourced werden an den Partner, der wirklich mit uns langfristig arbeiten möchte. Damit wir den anziehen können, müssen wir es aber bis zu einem gewissen Grad beherrschen. Also es bleibt nicht aus, sich mit dieser Thematik so intensiv auseinanderzusetzen, dass sie, wie es so schön heißt, unter uns Platz nehmen kann. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Es wird noch ein paar andere Videos folgen. Ich sage es nur für mich, damit ich mich erinnere. Ich möchte gerne noch zum Thema Country Music etwas sagen, weil ich mich da jetzt intensiv damit beschäftigt habe, unter anderem auch wegen meiner lieben Kollegin Karen McDon, die mir immer wiederum Einladung in ihren Podcast als Zuhörer zusendet und ich mir gedacht habe, das ist eigentlich ein Thema, das ganz viel mit Allela Bio Yoga zu tun hat. Und dazu wird es ein eigenes Video geben, auch weil ich der Karen zeigen möchte, dass ich mich jetzt da fortgebildet habe und sie keine Angst haben, braucht mich in ihren Podcast einzuladen, weil ich da, glaube ich, jetzt mittlerweile auch recht fundiert die Brücke schlagen kann, was diese Musik für die damalige Community war, die sie gehört hat und bis zu einem gewissen Grad auch Amerika ja in ihrer Gesellschaft geformt hat, was sie für generell weltweit für dieses Social Dancing und dieses sozialen Miteinanders schon getan hat und weiterhin tun kann und wie wichtig es ist, dass jede Community ihre eigene Community Music, ihre eigene Country und Root Music zu finden, weil es Identitäten schafft und wie wesentlich es ist, wenn es eine Fusion ist, genauso wie Allela, Bio-Yoga, die Roots zu kennen, die einzelnen Elemente in ihrem Alter und ihrer Tiefe. Ja, also freut euch auf weitere Videos. Gerne ein Like und eine Weiterleitung, wenn euch dieses Video irgendwie inspiriert hat oder Fragen sind, bitte in die Kommentare und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Der nächste Möglichkeit ist, am 7. bis zum 11. November in der Steiermark Michaelihof. Bitte einfach direkt bei mir melden. Ihr könnt über die Kommentare gehen oder eben meine WhatsApp-Nummer anfragen, die ich sehe auf jedem meiner Mails. Also schreibt es mir in Mail albert.alel.at A-L-E-L.at und dann schreibe ich euch zurück und dann habt ihr schon meinen Telefonkontakt. Ich freue mich, wenn wir immer mehr miteinander tun. Also alles, was zum Thema Community und Schmerzfreiheit. Also wir nennen uns der Verein für das liebeserfüllte Leben zwischen Frau und Mann in schmerzfreier Gesundheit und liebevoller Gemeinschaft. Und das wünsche ich euch. Alles Liebe. den selbst !